Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute 10 Dinge, die du über Rammstein garantiert noch nicht wusstest. Ja, wie gesagt, Rammstein hat 2019 ein neues Album veröffentlicht und wir wollten einfach mal drauf schauen, ob es da nicht ein paar Fakten gibt, die die Leute interessieren würden. Fakt Nummer 1. Echte Wunden. Das Video zu Rosenrot aus dem Jahr 2005 ist nicht nur irgendein Video. Eigentlich, eigentlich verbietet sich die Formulierung irgendein Video für sämtliche Rammstein-Videos sowieso. Bei diesem Beispiel muss die Bedeutung des Wortes Körpereinsatz allerdings neu definiert werden, was die Erzählung des Regisseurs Zoran Bihak verdeutlicht. Die Band hatte bereits den Clip für Links 234 und mein Teil mit ihm zusammengearbeitet. Rosenrot setzte nochmals neue Maßstäbe. Die Mitglieder von Rammstein spielten eine Gruppe Mönche, die sich im Laufe der Erzählung selbst geiseln. So weit, so gut. Normalerweise erledigt man die entstehenden Wunden mit Make-up. Nichts Besonderes an einem professionellen Filmset. Rammstein hingegen tranken literweise Wodka und fügten sich die sehenden Spuren tatsächlich zu. Work hard, play hard. Fakt Nummer 2 Die Klage des Kannibalen Mein Teil vom Album Reise-Reise behandelt das Thema des sogenannten Kannibalen von Rothenburg. Armin Meiwes tötete Bern Brandes auf dessen Verlangen und aß Teile seines Körpers. Rammstein-Gitarrist Richard Kruspe berichtete von seiner Neugier zu erfahren, weshalb ein Mensch so etwas tun wollte. Laut einer Recherche unterband Meiwes Mutter jegliche soziale Kontakte ihres Sohnes, sodass er ein Mittel dafür suchte, dass jemand für immer bei ihm bleiben würde. Kruspe und die Band hielten die Tat für ein hervorragendes Material für einen Rammstein-Song. Leider hatten sie die Rechnung ohne Armin Meiwes gemacht. Er verklagte die Band, da sie seine Geschichte ohne Erlaubnis verwendeten. Rammstein nennen keinen Namen oder ähnliches, aber es wird unmissverständlich deutlich, worum es geht. Auch das dazugehörige Video, ebenso von Zohan Bihaak gedreht, gibt er indikrete Verweise auf Meiwes. So spielt der Schlagzeuger Christoph Schneider eine Frau in Anlehnung an Armin Meiwes Mutter. Der Ausgang der Klage ist bis heute unbekannt. Fakt Nummer 3 Wie viel Show darf sein? Rammstein und Feuer, eine unzertrennliche Geschichte. Pyrotechnik gehört zu jeder Rammstein-Show, und zwar in rauen Mengen. Es war wohl nicht übertrieben zu sagen, dass Rammstein der Inbegriff von Pyro-Einlagen bei Konzerten sind. In Anbetracht dessen scheint die Gefahr eines Unfalls natürlich sehr hoch. Denken wir an James Hetfield und seinen Unfall mit Metallica 1992 in Montreal. Er verbrannte seine Arme derart, dass an Gitarrenspielen für Monate nicht zu denken war. Till Lindemann nutzte genau diese Gedanken, um den Fans einiger Konzerte einen gehörigen Schrecken einzujagen. Er täuchte vor, seine Kleidung in Brand gesetzt zu haben und hampelte in einem Spezialanzug auf der Bühne herum. Rammstein-Keyboarder Flake eilte mit einem Feuerlöscher herbei, aus dem jedoch ein entzündbares Pulver strömte, und den Effekt zu verstärken. Nach 20 Shows war der Spaß vorbei. Zu viele Fans hatten sich über den Schock und über den vermeintlichen Unfall beschwert. Fakt Nummer 4. Lindemann vs. Putin. Am 19. Juli 2016 spielten Rammstein in Moskau. Auch in Russland füllen die Berliner Stadien. Seit vielen Jahren sind sie im größten Land der Welt eine riesige Nummer und benannten sogar ein Lied auf dem Album Reise-Reise nach der russischen Hauptstadt. Vor der Show überreichten angebliche Freunde des Promoters Ed Rodnikov Till Lindemann ein teures Geschenk in Form einer vergoldeten iPhone-Hülle mit einem Konterfei Wladimir Putins. Was an sich schon geschmacklos genug ist, wurde im Nachgang noch weiter instrumentalisiert. Nur wenige Tage nach dem Konzert kursierte eine Fälschung eines Fotos im Internet, das Lindemann in einem T-Shirt zeigt, auf dem Wladimir Putin erneut zu sehen ist. Gleichzeitig wurde er mit den Worten zitiert, in Deutschland kann es sich nicht einmal Angela Merkel mit einer solchen Popularität wie Putin brüsten. Ich mag ihn, er ist ein harter Leader und keine Marionette. Lindemann wehrte sich juristisch gegen die Vorwürfe und erklärte den hochgereckten Daumen auf dem Bild als Reaktion auf Nachfrage, was er von Moskau halte. Das Bild konnte als plumpe Photoshop-Fälschung entlarvt werden. Fakt Nummer 5 Ein Mann vieler Talente Till Lindemann ist Dichter, bildender Künstler, Schauspieler, er spielt Schlagzeug und ist eben Sänger von Rammstein. Dies alleine liest sich ansehnlich, doch eine Begabung wird häufig übersehen. In seiner Kindheit und Jugend besuchte er ein Sportinternat und schwamm als Leistungssportler für den SV Empor Rostock. 1978 wurde er sogar Siebter bei der Jugend-Europameisterschaft im Schwimmen über 1500 Meter, worauf er für die DDR bei den Olympischen Spielen 1980 in Moskau antreten sollte. Zur Teilnahme kam es jedoch nie, da er während der besagten Europameisterschaft in Italien unerlaubt aus dem Hotel geschlichen und sich von den BRD-Sportlern klassenfeindliche Aufkleber besorgt hatte. Fakt Nummer 6 Eine sportliche Band Aber nicht nur Till Lindemann machte in den Kindertagen als Sportler auf sich aufmerksam. Auch Schlagzeuger Christoph Schneider zeigte sein Talent abseits der Musik, genauer gesagt als Handballtorwart. Schneider zieht deutliche Parallelen zwischen dem Schlagzeugspielen und der Position des Torwarts. Die Rolle des Torhüters entspricht in der Musik die der des Schlagzeugers. Du bist hinten, bist für die Defensive verantwortlich und hältst den Laden zusammen. Aber du gibst den Rhythmus fürs Spiel vor. Eine besondere Rolle. Schneider war in der DDR ein recht erfolgsversprechender Nachwuchssportler, spielte als Kind bei Dynamo Nordwest. Aber nach dem Umzug mit den Eltern nach Halle in der Saale, geriet er in ein Team, das ihn die volle Härte des Handballs zu spüren ließ. Als Torhüter bekommt man im laufenden Band Bälle ins Gesicht. Schon bei dem ersten Treffer wurde ihm richtig schwarz vor Augen. Nach dem zweiten wurde mir so schlecht, dass ich spontan beschlossen habe, nie wieder Handball zu spielen. Fakt Nummer 7 David Lynch Rammstein gehört zu den musikalischen Exportschlagern Deutschlands. Besonders in den USA sind ihre vor Pyrotechnik strotzenden Shows sehr beliebt. So richtig wurden sie in den Staaten aber erst bekannt, als sie es mit Rammstein und Heirate mich auf den Soundtrack zu David Lynch' Lost Highway schafften. Der Regisseur berichtete im Spiegel-Interview, schon seit Jahren schickt mir die Band ihre CDs. Ich habe sie nie angehört, aber dann habe ich zufällig ihr letztes Album aufgelegt und es war genau das, was ich für Lost Highway brauchte. Fakt Nummer 8 Rammstein vs. Bundesrepublik Deutschland Kein großer Fan der Rammstein-Texte war 2009 hingegen die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien. Das Album Liebe ist für alle da, kurz nach dessen Erscheinen, nach einem Antrag des Familienministeriums auf Index gesetzt. Der Grund dafür war laut der Behörde das Lied Ich tu dir weh, das mit der Abbildung einer Folterung im Bucklet der Platte beigelegt wurde. Das Kölner Verwaltungsgericht machte die Entscheidung bereits 2010 wieder rückgängig. Doch die Band reichte im Jahr 2016 zusätzlich eine Schadensersatzklage in Höhe von 66.000 beim Bonner Landesgericht ein. Das Bonner Gericht stimmte der Klage in der Sache zu, lehnte allerdings die von der Band geforderte Sunge ab und stellte einen Vergleichsbetrag von 15.000 Euro in den Raum. Die Richter begründeten ihr Urteil auch damit, dass die Mitarbeiter der Bonner Bundesbehörde fahrlässig eine Amtspflicht schuldig gemacht haben. Fakt Nummer 9 Rammstein und Diepe Schmode Rammstein, insbesondere Richard Kruspe, hegen eine starke Leidenschaft für Diepe Schmode. In einem Interview mit der amerikanischen Ausgabe des Rolling Stones verriet die Band, welchen Einfluss Diepe Schmode auf ihre eigene Musik ausübten. Dave Gahan kommentierte die Huldigung mit scherzhaften Worten. Sobald es aufgeschrieben ist, stimmt es ja, ernsthafter führte er fort, es ist wirklich schmeichelhaft, dass diese Band uns als Inspiration nennt. Für sein Solo-Projekt Emigrate wollte Richard Kruspe sogar Martin Gore als musikalischen Partner gewinnen. Im Zuge der Veröffentlichung des Albums A Million Degrees sprach Kruspe über Künstler, von denen er sich inspiriert führt und mit denen eine Zusammenarbeit vorstellbar ist. Martin Gore von Diepe Schmode gehört auf jeden Fall zu den Songschreibern, die mir immer ganz viel bedeutet haben. Es ist auch jemand, mit dem ich gerne mal einen Song machen würde, erklärte er in einem Interview. Man habe sich sogar bereits konkret über eine Zusammenarbeit unterhalten. Wir haben uns geschrieben, er ist bereit, ich muss nur noch einen richtigen Song finden. Fakt Nummer 10 Ein Ausflug ins DDR-Gefängnis Das Aufwachsen in der DDR hat viele Spuren in der DNA der Band hinterlassen. Gitarrist Paul Landers sagte einmal, dass es Rammstein im Westen nie gegeben hätte. Zwar gründete sich die Band erst nach dem Mauerfall im Jahr 1994, doch die Weichenstellung in den Jahren zuvor waren hierbei nicht wegzudenken. Christian Flake Lorenz vermisste im Nachhinein die Einfachheit in der Strukturen der DDR, die es in seiner damaligen Band Feeling B einfach machten, an Popularität zu gewinnen. All diese Dinge dürfen jedoch nicht als simpele nostalgische Erinnerungen an die DDR verstanden werden. Etwa die Schwierigkeit überhaupt an Equipment, zum Musikmachen zu gelangen, war eine Sache. Tagelang in einem DDR-Gefängnis zu verbringen und Prügel zu kassieren, nur weil man zur falschen Zeit am falschen Ort war. Dagegen eine andere. Am 10. Oktober 1989, einem Monat vor dem Mauerfall, fand sich Richard Kruspe in einer politischen Demonstration gegen das SED-Regime wieder. Er trat aus einer U-Bahn-Station in Berlin und wurde umgehend niedergeschlagen und für sechs Tage eingesperrt, verhört und misshandelt. Nach diesem Vorfall fasste er den Entschluss, vom Osten in den Westen zu fliehen. So, das war schon wieder mit einer neuen Folge von Einfache Wissen. Schreibt es in die Kommentare, welcher Fakt euch am besten gefallen hat und irgendwelche Anmerkungen und Besserungsvorschläge. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge und ciao! Bis zum nächsten Mal!